Moin Leute, willkommen zur achten Ausgabe des PodiCast. Wir sind wieder am Start mit einem neuen Thema für euch. Heute mal keine Charakteranalyse, und zwar geht es heute um eine gesamte Fraktion. Wir haben uns mal die wirklich komplette Revolutionsarmee vorgenommen, mal alles zu besprechen, jedes Revolutionsmitglied durchzugehen und einfach auch so ein bisschen die Parallelen zur Marine aufzuzeigen, wo könnte man vielleicht noch nachbessern, beziehungsweise wo müssen die Revos noch nachbessern, um den Sprung in das höhere Level zu schaffen quasi. Und ja, wir gehen einfach alle Leute ganz entspannt durch, beziehungsweise auch so alle Aspekte, die irgendwo mit der Revolutionsarmee an sich zu tun haben, sprich auch die Stützpunkte, weil das ist eigentlich schon, finde ich, so einer der interessantesten Punkte, weil ursprünglich war ja Bartiko Island so der klassische Stützpunkt der Revolutionsarmee. Klar, es gab natürlich noch so einzelne Stützpunkte in jedem Blue und halt so verteilt, aber das Hauptquartier war quasi da und keiner konnte es finden. Also ein unauffindbarer Stützpunkt, der quasi auch nie gefunden wurde, so gesehen. Letztendlich haben die Blackbeard-Piraten es gefunden durch eine Vivre-Card, also quasi ein absolutes Cheat-Tool, um das ausfindig zu machen. Und das an sich ist ja eigentlich schon eine geile Sache, finde ich. Ey, das finde ich auch krass. Erstmal, Leute, ja, gegrüßt seid ihr. Ich freue mich für das Video jetzt hier erstmal. Alter, was für ein Intro gerade. Ich freue mich jetzt hier auf jeden Fall über die Revos zu sprechen. Und du hast gleich ein interessantes Thema angesprochen, nämlich Baltiko Island. Gibt es ja jetzt so in der Form nicht mehr, aber wo soll das bitte schön gewesen sein? Also es muss ja irgendwo, es ist ja eine richtige Insel, wir haben es ja gesehen. Und es ist ja wahrscheinlich keine Himmelsinsel oder sonstiges, weil, ich weiß nicht, die sind ja auch so mit dem Schiff hingekommen. Und dann frage ich mich, warum ist so eine Insel, auch bei Raftel frage ich mich das immer wieder, die muss doch irgendwann irgendwie mal durch Zufall auch gefunden werden oder so. Oder werden die Leute dann direkt zur Revolutionsarmee rekrutiert oder so und, weiß ich nicht. Oder gibt es da noch einen Teufel-Nutzer, der die Leute irgendwie so Man-in-Black-mäßig die Erinnerung löscht oder so? Ich weiß es nicht, aber das macht für mich wenig Sinn so, dass die Insel einfach so, ist die so in seinem Nebel oder die Strömungen oder so ein Blödsinn muss das ja sein, ne? Ja, das ist halt die Sache, weil die Umgebung sieht extrem trostlos aus. Es ist so ein bisschen Wüste-mäßig oder so Steppe, Steppe kann man ganz gut sagen, so Steppe-mäßig, dass da halt wirklich rundherum, so scheint es halt nichts ist. Und die Basis an sich ist ja auch so in den Stein quasi reingebaut. Deswegen, ja, ob man da vielleicht sagt, okay, da kommt keiner aus Zufall vorbei. Aber es ist halt, es ist halt sehr, sehr strange, weil eigentlich so jede Insel an sich lässt sich halt einfach mal ansteuern. Klar, es gibt so ein paar Ausnahmen, beispielsweise die Insel, wo ja auch Urush am Anfang hingegangen ist. Da war es ja auch so, dass es quasi keinen Anlegeplatz gab, weil die Inselstruktur es einfach nicht hergegeben hat. Aber so sieht es halt nicht bei Bartiko Island aus. Und man hat ja auch, also wie du schon sagst, es sieht nicht nach einer Himmelsinsel aus. Man sieht auch ganz klar, dass es eine ganz normale Insel ist. Also es ist jetzt auch nicht unter Wasser wie eine Fischmenscheninsel oder so. Deswegen, eigentlich ist es schon sehr wahrscheinlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass da mal jemand aufkreuzen soll. Aber auch lustig, weil jetzt kann es einem egal sein, weil man jetzt ja weiß, dass der Stützpunkt geleakt wurde oder so. Ja, ich kann mir aber vorstellen, du hast es gerade nämlich so gut erklärt, es ist ja wirklich da so eine Wüste, so eine Steppe. Und sagen wir, die Insel ist eigentlich bekannt so, aber es ist halt Todes in der neuen Welt irgendwie so schwer zu erreichen oder so. Und wenn Leute das finden, ist es halt wirklich nur diese weiß-sandige Einöde da, die sie dann da vorfinden. Und wir haben auch gesehen, die Revolutionsarmee Basis ist ja auch irgendwo mittig auf der Insel, also nicht irgendwie an der Küste oder so, wo man direkt, wenn man die Insel ansegelt, dass man sieht, okay, da ist was. Sondern auch aus dem Stein selber wurde die Basis ja gefertigt und auch mitten auf der Insel, mitten in der Wüste. Und die Insel Alabasta zum Beispiel ist ja riesig. Die Armee von den Nefertari hatte ja über eine Million Soldaten oder so, also das muss ja wirklich eine riesige Landmasse geben. Und wenn das wie noch so eine Insel ist, riesige Wüste und da irgendwo in der Mitte ist so ein kleiner Fels, also ein größerer Fels, aber der halt trotzdem immer noch im Vergleich kleiner aussieht, mit Löchern drin, wo denn die Basis ist. Also wer soll das denn auch finden? Selbst wenn man die Insel kennt, so ist das glaube ich echt schwer zu finden. Deswegen ist das vielleicht so der Punkt. Ja, aber also irgendwo, irgendeinen Aspekt muss es ja noch haben. Also so, es hört sich doof an, aber es ist ja, gibt es ja in ganz vielen fiktiven Werken, wo halt ein bestimmtes Gebäude so geschützt ist, dass andere Leute es nicht sehen. Und irgendwie sowas braucht es ja auch, weil trotzdem läuft man ja Gefahr. Also ich sag mal so, die Marineleute bzw. die Weltregierung an sich möchte ja logischerweise die Revos finden. Und die haben mit Sicherheit auch schon mal nach denen gesucht, so. Und dann ist es ja klar, dass man, also es ist ja für die klar, dass die jetzt nicht, keine Ahnung, im Windmüllendorf suchen müssen, ob dann vielleicht nicht doch die Revo-Basis ist, so weißt du. Das heißt eigentlich, wenn es da so eine verlassene Insel gibt, müsste es ja eigentlich mal einen Suchdruck geben, der da mal vielleicht langmarschiert ist. Ich meine, die Marine hat Hundert und Hunderttausende von Leuten, so deswegen könnte man das eigentlich mal durchziehen. Aber ich weiß nicht, also ich glaube auch, vielleicht wird es gar nicht mehr so thematisiert, weil jetzt hat man halt eine neue Basis, so, ob man da nochmal so den Schwenker hinmacht. Aber ich glaube schon, dass man nochmal irgendwas darüber erfährt, oder? Man muss es ja eigentlich auch, weil jetzt ist es ja in der Hand der Weltregierung, so in dem Sinne. Und es wird ja mit Sicherheit irgendwas geben, was die Weltregierung auch dort gefunden hat, was denen in irgendeiner Weise weiterhilft, so. Und wenn das nochmal thematisiert wird, kann man das vielleicht alles so ein bisschen aufgreifen. Ja, da ist auch die Sache, wir wussten halt nur von Dressosa, dass sie das Sake-Metall da gesichert haben. Das hatte, glaube ich, Koala ganz kurz erklärt zu Dragon. Und was das für richtiges Metall ist, ob das jetzt wirklich wichtig ist, ob Blackbeard das eventuell auch mitgenommen hat oder so, wissen wir nicht. Oder ob das allgemein auch eine Relevanz spielt oder nur so, wirklich nur so in einem Nebensatz gefallen ist. Was sie aber schon immer angenommen haben, also auch die YouTube-Szene und allgemein die Community, dass sie dann auf Momoiro Island, die Transen, ich wusste auch nicht, wie die heißt, ich hab's hier gerade vor mir. Also ich nenn's immer Transeninsel, das Kambaka-Königreich. Und da ist jetzt das neue Hauptquartier. Das hat man schon immer angenommen, weil, wie gesagt, Ivankov, eigene Insel, nur Transen. Da will sich auch, glaube ich, kein Soldat oder Marinesoldat irgendwie hin verirren. Und ich weiß auch nicht, ob das, ja, die Insel, die kennen ja Ivankov und kennen wahrscheinlich auch diese Insel. Eigentlich müsste das, eigentlich können sie eins und eins zusammenzählen und dahin segeln und das ja schon Asche legen eigentlich, theoretisch. Aber, ja, also einfach Buster Call, gib ihn, weißt du, normalerweise. Ja, ja, Buster Call, let's go. Ja, die Sache ist halt auch, die Insel ist ja sowohl im Manga, aber als auch im Anime sieht man's halt nochmal viel deutlicher. Ist ja so voll, voll herausstechend, so diese Herzform mit diesen Regenbogenfarben und so darüber. Und wie gesagt, im Manga sieht man dann auch diesen Regenbogenschein, so. So, das heißt, eigentlich siehst du aus tausend Meilen, siehst du diese scheiß Insel, so, weißt du. Ich meine, angenommen, selbst wenn da jetzt irgendjemand langfährt, der nicht weiß, was da ist. Wenn du so eine Insel siehst, denkst du doch, okay, let's check it out, so, weißt du. Ja. Dann willst du doch mal wissen, was da ist. So, deswegen an sich nicht so safe, aber klar, die Tranzen haben alle einen, also die sind ja auch alle nicht schlecht gerüstet. Die Wankof wird die schon irgendwie, äh, ausgebildet haben. Das heißt, wenn da ein Schiff kommt, können die das Ganze wahrscheinlich schon vorher klären, vermutlich. Aber, ähm, an sich ist das kein Hauptquartier, wo man sagt, okay, da wollen wir jetzt wirklich bis zum Ende bleiben. Aber, ähm, man muss ja auch sagen, One Piece geht ja vielleicht, also, oder zumindest die Revolutionsarmee ist ja gerade dabei, ihren Angriff zu starten. Und wenn der perfekt ablaufen sollte, was es natürlich nicht sein wird, also, nichts läuft perfekt ab, aber sollte es für die Revos perfekt laufen, dann, dann haben sie ja ihr Ziel erreicht. Dann gibt's ja keine Weltregierung in dem Sinne mehr. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann braucht man halt auch ein neues Hauptquartier irgendwann mal. Also, so safe ist das nicht. Das ist das Ding. Und deswegen, ich glaube auch, das wird nur vorübergehend sein. Es wird zwar hier auch im Wiki gelistet als neues Hauptquartier, aber, ganz ehrlich, das macht auch keinen Sinn. Denn, weil der Plan war es jetzt von Dragon, den Tenryubito, also auch nicht der Weltregierung, sondern den Tenryubito, den Himmelsdrachenmenschen, den Krieg zu erklären, jetzt auf der Reverie. Und da ist die Sache, wie hat er sich das vorgestellt? Den Krieg erklären, also wirklich sagen, ja, es wird jetzt zum Krieg kommen, oder will er da wirklich auch schon eingreifen und wirklich auch schon, äh, also wird es da auch schon Tote geben, beziehungsweise irgendwie sein Plan umgesetzt werden. Ähm, weil, wenn er nur den Krieg erklären will, natürlich wahrscheinlich mit, äh, irgendeiner... Ja, mit irgendeiner Aktion, wie auch immer das sein wird. Ich denke, das werden wir aber sehen. Vielleicht schon in zwei, drei Wochen, wenn es dann zum Schwenker kommt, äh, weil es sieht so aus, als wenn der zweite Akt von Wano Kuni bald beendet sein wird. Und vielleicht kriegen wir dann einen Einblick zur Reverie und was da passiert mit Dragon und so. Wir wissen ja, wie gesagt, nur, dass die gerade kämpfen, die Kommandanten, gegen die zwei Admirele. Aber, ähm, was für eine Aktion er plant, um den Krieg zu erklären, ist halt die Frage, und wie soll es dann weitergehen? Also, da sind gerade gebündelt fast alle, also gebündelt ist die Weltregierung gerade so stark da oben auf Mary Joa, dass es theoretisch keinen Sinn macht. Nur mit den paar Kommandanten da jetzt anzugreifen, weil wir haben ja gesehen, es sind wirklich nur die Kommandanten jetzt da, ähm, und die haben da wirklich, die haben die Admirele und so. Und wie gesagt, die kämpfen schon mit vier Kommandanten von fünf, kämpfen die schon, also, wenn man Sabot als Kommandant dazuzählt, äh, kämpfen sie schon gerade gegen zwei Admirele. Und da sind ja noch viel mehr, da gibt's auch noch die CP0 und so. Deswegen, theoretisch macht's keinen Sinn da jetzt groß, den Krieg wirklich auszuführen, sondern eher, wie gesagt, den Krieg zu erklären mit irgendeiner Aktion. Vielleicht noch irgendwelche Leute auf seine Seite zu treiben oder so, mit Bello Betty und dieser komischen Frucht und so, wo wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber, ähm, dann müssten sie ja wieder zurück zur Transe-Insel oder so, um wieder neue Pläne zu schmieden oder um sich, äh, ja, mit der Armee, weil sie haben ja auch die Revolutionsarmee, hat natürlich auch irgendwo Fußvolk, beziehungsweise die, die, ja, 0er-15-Soldaten, sag ich mal, die irgendwo sein müssen. Und mit denen macht's ja Sinn, dann auch den Krieg zu bestreiten und, ich weiß nicht, da die jetzt auf die Red Line oben rauf zu transportieren, macht nicht so viel Sinn. Ähm, aber wenn sie jetzt zurücksegeln, wieder zur Transe-Insel danach oder fliegen mit Karasu, wie auch immer, dann ist das schon, weiß ich nicht, schon ein bisschen offensichtlich so. Dann macht's Sinn, dass eigentlich der Gegenangriff kommt, sagst du? Ja, total. Also, es ist halt wirklich die Frage, ob man in so einem Moment, wo natürlich durch das Königstreffen, ob wie es natürlich die Weltregierung extrem viele Truppen dahin schickt, ob man das dann, ja, ob man so blind ist quasi und da wirklich anzugreifen, hast du schon recht. Der Plan ist ja quasi auch nur Kuma aus den Fängen zu befreien, den Krieg zu erklären. Höchstwahrscheinlich wird's dann ja nochmal einen Backstep geben. Die Sache, die mir aber auch mal aufgefallen ist, ich hab's letztens im Manga, äh, äh, im Anime nochmal gesehen. Ich weiß nicht ganz genau, ob's auch im Manga so war, aber wo dann Green Bull das erste Mal gezeigt wurde, nicht richtig gezeigt wurde, wie er sich unterhält mit Fujitora, sondern wo nur diese Zooms auf die Admirele waren, weißt du? Ja. So, wo man so Kizaru und bla 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 sieht und dann halt so, äh, den Schatten von Green Bull. Da hat man ja auch die Revos gesehen und bei den Revos waren Schatten, wo man auch so die, ja, den, den Umriss gesehen hat und das sah null aus. Also jetzt weiß man ja, wie die Kommandanten aussieht und das sieht weder aus wie Belobetti, Morley, Lindbergh oder Karasu. Deswegen, ich fänd's eigentlich auch cool, wenn da noch, ja, wo dann noch ein krasser weiterer Typ wär, der vielleicht auch mehr so vom Stärkelevel so ist wie Sabo. Vielleicht so, das kann ja auch einfach jemand sein wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Garb oder so, der einfach krass ist, aber gar keine hohe Position haben will. Und bei den Revos vielleicht auch, er will keine hohe Position, der will einfach sein Ding durchziehen, so, weißt du, so. Aber vielleicht hat Dragon oder so ihn mal gerettet und er schuldet ihn deswegen seine Dienste. Oder ist jetzt alles, äh, total spekulativ. Aber einfach ein Charakter, der sagt, okay, ich folge Sabo, ich folge Dragon oder so, weil die was für mich getan haben, weil ich denen mein Leben verdanke. Aber an sich möchte ich hier keine Position innehaben, ich möchte mich um nichts kümmern. Aber das ist ein übelst krasser Typ, weil, wie gesagt, die, die Staturen, von Bellobetti definitiv nicht, von Morley auch definitiv nicht und von Karasu auch definitiv nicht. Und Lindbergh passt auch gar nicht eigentlich. Also, deswegen, es muss vielleicht noch, also, höchstwahrscheinlich gibt es noch einfach eine andere Person, die, äh, die auch noch mit dazu zählt. Und ich finde, das braucht's auch auf jeden Fall, weil, wie du gerade schon sagst, äh, vier Kommandanten brauchen, äh, braucht man schon für zwei Admirele. Was ist denn, wenn die, ähm, Marine mal wirklich alle drei Admirele und den Großadmiral dahin schickt und noch Kong obendrauf, so weißt du, und dann wird's ganz schnell ganz dünn so. Klar, man hat auch noch Ivankov, der ist ja auch irgendwo noch ein Kommandant, aber, ähm, ja, das ist halt so da so ein bisschen der Engpass. Ja, und auch zur Weltregierungsmacht zählt ja die Marine und dann natürlich noch die, die ganzen Königreiche, was Millionen von Soldaten sind, die sie noch dazukriegen, wo auch wahrscheinlich starke Leute dabei sein werden. Und, man darf nicht vergessen, dass die Impel-Down-Ganzen, die Wärter und so, Magellan, zählt auch noch zur Macht von Weltregungen, die können sie auch sofort rekrutieren und sofort umsetzen als, als, ja, Armee und so. Deswegen, die Weltregung ist schon mit das Krasseste, was es gibt, so, auch wenn man auf den ersten Blick, wenn man an Weltregungen denkt, denkt man eigentlich erstmal an die CP0, so, CP0, was haben wir noch? Wenn die Marine sich abkapselt, mal ist die Weltregung ja eigentlich nur fucking CP-Einheiten, so, weißt du, gibt's ja echt nicht mehr viel. Und die sind nur noch 15 Ritterrüstungssoldaten, die da noch rumchillen, aber, ähm, die Weltregung ist halt viel mehr, Leute. Also Impel-Down und die ganzen Königreiche, äh, ich weiß nicht, wie viele es sind, genau an der Zahl, ähm, aber es sind auf jeden Fall, es sind richtig, richtig, richtig viele. Und ich versuch grad mal rauszufinden, wie viele es sind, weil es ist echt, äh, richtig krass. Äh, auf jeden Fall, also 40 oder irgendwie so? Ich glaub, sogar paar mehr. Ähm, ja, deswegen, und da alleine Alabaster. 170 Mitgliedstaaten. 170, überleg mal. Ja, aber es gibt aus den 170 Mitgliedstaaten der Weltregierung werden 50 ausgewählt, deren Renegenten an der Konferenz teilnehmen. Wenn man jetzt mal abzieht, also klar, ähm, wenn's hart auf hart kommt, dann würde ja Ruffy sich logischerweise auch zu den Revos, zu Sabo stellen und natürlich auch zu Dragon, aber zu Sabo höchstwahrscheinlich. Ähm, und, äh, und dementsprechend würden manche Königreiche, wie zum Beispiel Fischmännischeninsel Alabaster und so, nicht mitziehen. Aber ich sag mal, von den 50 kann man locker grob überschlagen, 40 Königreiche zählen, die der Marine die volle Unterstützung gewährleisten, so. Und dann, dann hätte man auf jeden Fall, weil überleg mal, wie gesagt, in Alabaster ist ja das beste Beispiel und wenn's halt noch andere Königreiche gibt, da geht's ja auch um reine quantitative, äh, Aspekte, wenn die einfach hunderttausende Leute schicken, auch irgendwann hat Königshaki seine Grenzen und ich glaub auch nicht, dass man einfach Königshaki hunderttausend, dann springt man weiter, dann nochmal Königshaki hunderttausend, dann springt man weiter oder so, weißt du? Also, ich glaub, das hat dann irgendwann auch seine Grenzen, so. Guck mal, das, ey, guck mal Alabaster, ne, es kam man ja, es war halt eine Riesenwüste und so und es war dann halt mit einer Riesenhauptstadt versehen und so, aber ich hab grad nochmal nachgeguckt, es sind wirklich 10 Millionen Einwohner auf Alabaster, also das ist so krass. Ja, wie krass. Das ist so heftig und das kommt einem gar nicht so groß in One Piece vor, weil man denkt, Insel ist, ja, das ist halt eine kleine Insel so, da sind ein paar Leute vielleicht, ich hätte mit 10.000 oder so jetzt geschätzt, keine Ahnung, aber es sind so viele. Ja, vor allen Dingen, weil man auch mal bedenkt, also, ich meine, Oda nimmt halt als Referenz immer so reelle Aspekte, die irgendwie auf der Welt sind und ich meine, doof gesagt, aber die Weltregierung wird jetzt auch nicht zurückschrecken, irgendwie so eine, ja, hört sich doof an, aber so eine Wehrpflicht einzuführen. Wenn die wirklich merken so, okay, ein Kaiser hat sich mit den Revos verbündet, hört sich jetzt doof an, so Schenks und die Revos zusammen oder so, natürlich rein spekulativ, es geht nur jetzt um die Weltregierung, dass die dann halt sagen, okay, jetzt kommt's hart auf hart und dann machen die einfach so wehrpflichtmäßig, jeder muss kommen und kämpfen und so, weißt du? Ja, ja, dann ist es vorbei. Dann hast du zig Millionen Menschen und dann wird's knapp, weil es gibt natürlich auch immer irgendwelche Leute, die krass sind. Jetzt schaut man sich zum Beispiel mal König Isabello an, der ja den Kingpunch drauf hat, so weißt du, an sich ja auch ein absoluter No-Hand, würde man denken, aber wenn der halt so einen Kingpunch raus hat, dann hast du erst mal eine starke Attacke, so weißt du? Ja, wenn die trifft, dann schon mal den Unterschied macht. Ja, ja, genau so. Und dann wird's halt für viele, um jetzt vielleicht auch mal ein bisschen den Bogen zu schlagen zu den Mitgliedern der Revos, dann hast du halt viele, wo du dich fragst, okay, könnten die überhaupt dagegen antreten? Wenn man jetzt mal schaut, so einen Huck, so, oder eine Koala, die sind halt, also, man darf sie auch nicht komplett unterschätzen, aber beispielsweise bei Huck, so Fischmenschen-Karate ist krass und wir wissen ja auch von Jinbei, wie weit man damit kommen kann, Kopfgeld von über 400 Millionen, ehemaliger Samurai der Meere und so, aber Jinbei ist die absolute Ausnahme. Und Huck hat man ja gesehen in Colosseum, ey, Bartolomeo, der hat da ins Becken gepisst, so, und hat trotzdem Huck einfach komplett fertig gemacht und das zeigt halt einfach so, dass so ein Charakter mit so vielen nicht mithalten kann und das ist ein bisschen schade. Finde ich auch, also ich kann die Kommandanten jetzt stärketechnisch, deswegen lass uns gleich auch mal dazu kommen, natürlich, du hast jetzt schon unten angefangen, Huck, Koala sind die, also ich weiß, ich kann die null Prozent ernst nehmen, also wirklich null und deswegen, ja, keine Ahnung. Ich ziel die fast schon gar nicht mit dazu, obwohl, du hast gesagt, gegen andere nur noch 15 Soldaten haben sie natürlich eine Chance, aber keine Ahnung. Ja, also, ich sag mal, so Koala, Huck und Inazuma hier, der immer mit Ivankov rum ist, so die drei, ich sag mal, den kann man vielleicht ein Vize-Admiral hinstellen oder so, weißt du, und dann kämpfen die drei gegen den und so, dann kann man sagen, okay, let's talk about it, vielleicht gewinnen sie sogar, so, aber sonst kannst du wirklich nur auf die Kommandanten bauen. Also wirklich, wir kennen auch wenig, wir kennen namentlich echt nicht viele Charaktere, Inazuma hast du genannt noch, würde ich stärketechnisch, aber stärker als Koala und Huck einschätzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn wir es nicht richtig wissen, so, also, die Kraft ist natürlich cool. Also, von Marine fort, wie er da so die ganze Erde aufschneidet und so, das wirkt schon. Ja, ist schon heftig. Wirkt schon krasser irgendwie. Ja, und jetzt lass uns einfach zu den Kommandanten kommen, und zwar, ja, Ivankov ist auch ein Kommandant, das darf man nicht vergessen, wurde öfter erwähnt, wissen wir auch, Ivankov schätzt sich stärketechnisch auch richtig krass ein. Ich hatte damals bei Marine fort, da war ich voll überrascht, wie krass Ivankov ist, so, dass auch gerade mit dem Deathwing und so, wie krass er sie erst mithalten kann, da mit den ganzen Leuten. Aber trotzdem, im Nachhinein, jetzt nach dem Timeskip und so, würde ich, weiß ich nicht, ist, Ivankov ist stark, aber Ivankov hat ja zum Beispiel auch verloren gegen, ähm, gegen Magellan, oder nicht? Ja, aber, ja, schon, aber, ich meine, Magellan hat auch gegen Blackbeard's Crew und Blackbeard gewonnen, so, weißt du, das, also, ja, wollte ich gerade sagen, so, klar, Magellan ist jetzt natürlich aktuell nicht stärker als Blackbeard oder so, das will ich nicht sagen, aber bei Magellan ist halt so, ja, hast du einen Lucky Punch und direkt am Anfang gelandet, ist der Kampf eigentlich auch schon wieder vorbei, weil das Gift einfach so heftig reinhaut. Deswegen, also, Ivankov, der hat sich ja auch einfach krass gegen, äh, gegen die sieben Samurai auf Marine fortbehauptet, der hat ja alle mal irgendwie abgewehrt. Und ich finde, das ist so das Stärkendienst, wenn der so ein paar von den sieben Samurai, natürlich immer ein Eins gegen Eins, also jetzt nicht mehrere gleichzeitig, aber wenn er da so den einen abwehrt, den anderen abwehrt und so und trotzdem eigentlich ohne größere Verletzungen da aus dem Krieg rauskommt, kann man, denke ich, schon sagen, dass der, also, schwach ist er nicht, schwach ist er nicht. Nee, aber, keine Ahnung, ich würde jetzt, ich, ja, ich weiß nicht, ich kann ihn irgendwie, ich kann ihn immer jetzt nicht mehr ernst nehmen nach dem Timeskip, weil wir haben so krasse Sachen gesehen. Ähm, aber stärketechnisch wäre ich damit zufrieden, wenn die anderen sich auch ungefähr da einreihen, aber ich hoffe, dass da auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen breite gefächert sind die Stärken, so, dass ein Carra so zum Beispiel sich abhebt von den anderen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil, weil halt alle so, also, das hoffe ich halt auch, weil, ähm, bei Lindbergh ist ja so dieser Forschungsaspekt und wenn, wenn der halt ein bisschen schwächer ist als Carra, sondern, also, wenn Carra so wirklich so eine, so eine Machine ist, die einfach alles, äh, weg holt, so, weil er einfach stärketechnisch unglaublich heftig ist, dann ist das halt sein Job, so, während dann Lindbergh beispielsweise der Forscher ist und Bellobetti so die, die ganze Armee an sich anführt, dann ist es schon okay, wenn der Carra so an sich einfach heftiger ist als die, das fände ich nicht schlimm, also. Ja, genau, würde ich auch in Ordnung finden. Aber gerade Bellobetti, um auf den zweiten Sprich zu kommen, Bellobetti finde ich mit, also, finde ich mit am nützlichsten auf jeden Fall von der ganzen Revolutionsarmee, weil es ist, also, sie hat eigentlich die Revolutionsarmee, Revolutionsarmee-Frucht, so, wenn man es so sagen will. Sie hat einfach die krasseste Frucht, so, sie kann einfach Leute sozusagen Ultra-Buff geben, dass sie einfach auch stärketechnisch wirklich Adrenalin-mäßig alles aus sich rausholen und dann sozusagen kämpfen, so, also richtig doll aufpushen. Ich würde es gerne mal sehen, wenn Bellobetti irgendwie so einen Ruffy-Push, so richtig doll, so richtig vom Feinsten mit ihrer krassesten Fahnschwinger-Methode, was immer für eine Frucht das ist, wie die, wie die richtig funktioniert. Man kann sich jetzt ein klares Bild davon machen und da ist die Frage, sie kann ja keine Leute so beeinflussen, so, weißt du. Aber sie kann Leute halt, ja, so einen Buff geben, motivieren, ja, aber ich habe immer gedacht am Anfang, dass vielleicht die Frucht auch dafür ist, dass Dragon zusammen mit ihr bei der Reverie so bei dem Tisch, bei dem roten Tisch auftaucht und dass sie dann sozusagen die Fahne schwingt und so, dass dann die Leute, ja, auf der Seite der Revolutionsarmee sind, aber sie werden ja eigentlich nicht beeinflusst, sie werden einfach nur ermutigt, weißt du, dafür. Ja, weiß ich nicht. Und deswegen, wenn es Leute gibt, die Dragon vielleicht mit seiner Rede oder so da Königreiche auf seine Seite bringen kann und sie dann dazu so auch die Leute anstachelt, kann ich mir schon vorstellen, dass er da Leute gewinnen kann, so, weißt du. Ja, weißt du, was ich da glaube, es ist ja zum Beispiel so, ähm, bei Mary Jo ist es ja so, dass zum Beispiel überall Sklaven benutzt werden, so, weißt du, da wird ja Kuma, leitet man sich da einfach mal aus, so als, äh, als, äh, keine Ahnung, Segway oder wie die Dinger heißen, so, weißt du, und dann, äh, drivst du mal ein bisschen mit Kuma rum, so, oder du hast ja auch diese Rolltreppen, wo, die ja auch von Sklaven angetrieben werden. Wenn man jetzt mal überlegt, dass von den 40 Königreichen, die so der Marine ihre Truppen geben, vielleicht aber auch die Hälfte, sagen wir mal, das nicht guten Gewissens macht und wenn jetzt wirklich irgendwie offengelegt würde, wenn die Marine sagt, äh, äh, die Marine, die, äh, wenn Dragon irgendwie beweisen kann, Leute, schaut euch das an, hier werden Menschen, Sklaven, die werden behandelt wie Dreck und dann die Königreiche sagen, ja, habt ihr recht, aber wir möchten uns nicht gegen die stellen, dann könnte Bellobetti mit ihrer Motivationsfrucht quasi die Leute auf ihre Seite ziehen, so, weißt du, um die zu motivieren, so, okay, wendet euch trotzdem gegen diesen starken Gegner, aber wenn die Leute halt so fest davon überzeugt sind, dann, äh, ist das halt schwierig. Ja, und bei Morley ist halt das Ding, er hat auch die, äh, 5.5 Ebene, äh, gegraben in Impel Down, ähm, aber ansonsten, ich finde ihn ziemlich stark, er ist auch riesig, also im Anime war das auch besser dargestellt, wie groß er eigentlich wirklich ist, so, ist ein fucking riesen, ultra Gigant, ähm, und alle haben Angst vor ihm und so, und auch gerade mit der Frucht, also, dass er da einfach so wirklich den Boden so wabbelig machen kann und dann, äh, umklappen kann und da einfach wegdrücken kann und so, äh, das ist einfach krass und theoretisch könnte er auch sowas wie Erdbeben auslösen eventuell, wenn das vielleicht richtig macht und in großem Maße das Ganze verschiebt und so, ähm, äh, ja, deswegen, ich finde ihn, ich finde ihn noch einigermaßen nützlich und vielleicht, also, ich sehe gerade sein Gesicht, ah, na, ich, ich sag's, nee, das Ding ist, es gab mal diese eine Stelle, wo nun mal alle gezeigt wurden, ich glaube, das war eine Rede von Doflamingo und da war nun mal auch der, ja, dieses eine Revo mit, Also, das, was ich eben gesagt hatte, oder was? Nee, das passt nicht. Meinst du nicht? Nee, ich finde, das passt nicht. Ah, ich weiß nicht, ey, vom Gesicht her. Hast du die Szene vor dir? Also, ich kenne die Manga-Szene, wo, da hat man nur ein Gesicht gesehen, ne, das meine ich, wo man nur das Gesicht sieht. Ja. Obwohl, das war mehr so kantiger, ne? Oder was meinst du gerade? Ja, ja, das war halt mehr so, ja, das war halt mehr so kantiger. Da muss man mal gucken. Ich weiß nicht, das passt nicht richtig. Aber es ist sehr schwierig, also, weil, weil im Manga, man hat quasi nur diese schwarze Schattierung, sondern dadurch kann man es halt nicht so ganz genau deuten. Es ist sehr schwierig. Aber bei Morley auf jeden Fall, ähm, Impel Down, finde ich, ist ein enormer Stärkendienst. Ich hab's auch schon mal im Video von mir erzählt. Ich finde, das mit Impel Down zeigt einfach, wie krass der Typ ist. Ja, der war da drin und ist wieder draußen. Ja, ja, genau, man denkt immer so bei, also, wenn man halt nur diesen Anime- oder Manga-Auftritt hat, wo die gegen Pinkbeard kämpfen, da haben die ja eigentlich nichts gemacht. Ach, Lindbergh hat ja nur die Waffen eingefroren, beziehungsweise Karasu, äh, die Waffen mit den Krähen weggenommen, damit die Bürger selbst sich wehren. Also, ich hab's in dem Video so Hilfe zur Selbsthilfe genannt, so, weißt du? So, und haben ja nichts gemacht. Aber ich finde, trotzdem müssen die beiden sich nochmal so richtig beweisen, damit ich denen ihre Stärke abnehmen kann, was dann natürlich auch passieren wird, wenn man jetzt sieht, wie die gegen Fujitora und, äh, Green Bull kämpfen. Aber bei Morley, da, weißt du, da, da weiß ich schon so, alles klar, der, der hat was drauf, so. Weil mit Impel Down, das ist einfach, das ist so ein krasses Ereignis oder so ein, so ein heftiger Impact aus Impel Down, da einfach mal so eine, ja, so eine Ebene zu zaubern, wo man mal so entgleiten kann, das ist heavy. Ja, auch weil, es wurde immer gesagt, Shiki und, äh, der große Ausbruch von Ruffy und so, sind die einzigen, die ausgebrochen sind da jemals, aber er hat's ja auch irgendwie geschafft. Ähm, und ich weiß nicht, gibt es auch da wirklich so eine bestimmte Zeit in Impel Down, so, ja, okay, du musst jetzt fünf Jahre sitzen oder so. Ich weiß es nicht, ob, ich glaub nicht eigentlich. Ich glaub, man geht da rein und ist dann, ja, ist dann da drin, so. Weißt du, was auch cool ist, was mir gerade auffällt, woran ich auch nie gedacht hab? Wo damals Ruffy in Impel Down war, dann war er ja bei Ivankov, und Ivankov hat ja, bevor er erfahren hat, dass Ruffy Dragons Sohn ist, hat er ja so gesagt, so, nö, nö, ich bleib hier, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ich bleib erstmal noch hier, so. Jetzt weiß man eigentlich auch, warum der da so entspannt war und so fest davon überzeugt war, dass er da easy rauskommt, weißt du, weil Morley könnte sich da, Morley hätte den easy befreien können, so. Und deswegen hat er ja auch so, also wenn man mal rückblickend daran denkt, dann ist so klar, warum er einfach zu Ruffy sagt, so, nö, nö, ich bleib noch hier, ich alles entspannt, so, er denkt nicht mal daran, obwohl gerade die Möglichkeit besteht, auszubrechen, denkt er nicht mehr dran, weil er weiß, er könnte easy rauskommen, wenn Zeit auf Fahrt kommt, so. Ja, das ist das Ding, also, das ist einfach krass, und ich weiß nicht, Morley ist auch schon 160 Jahre alt, als Riese natürlich, und ist natürlich auch schon alt, so, er hat schon viel erlebt und viel Erfahrung, und kann mir vorstellen, dass er auch in der alten Ära und so, da Leute kennt und so, werden wir das jemals erfahren, glaube ich nicht, aber, äh, trotzdem interessant, äh, nicer Charakter, und ich, was gibt's sonst zu ihm zu sagen, wir kennen ihn halt, äh, wenig, er ist halt der Kommandant der Armee des Westens, also, die ganzen Kommandanten sind aufgeteilt, nochmal in Himmelsrichtung, ähm, was das zu sagen hat, oder ob das wirklich dann für den jeweiligen Blue, der noch steht, oder so, weiß man nicht, kann man, kann ich mir vorstellen, aber... Ja, eigentlich ja schon, weil, äh, weil ja der Soldat von den Pinkbeards meinte dann, okay, die hätten eigentlich alle irgendwo anders sein müssen, ähm, was ja zeigt, dass die alle auch logischerweise in den Osten, Westen und so aufgeteilt sind, das Interessante hierbei ist aber, dass ja alle Himmelsrichtungen durch die vier abgedeckt sind, und die Wankhoff trotzdem ein Kommandant ist und das wird ja auch noch das offen lassen, was wir eben am Anfang angesprochen haben, und zwar, dass man einfach locker einen weiteren Kommandanten einführen kann, nur weil alle Himmelsrichtungen belegt sind, heißt das nicht, dass man nicht trotzdem einen Kommandanten reinschmeißen kann, weil, wie gesagt, die Wankhoff ist ja auch da. Ja. Und der ist ja auch, äh... Ja, deswegen... Also, klar, der hat ein eigenes Königreich, so, aber man kann trotzdem einen Kommandanten damit reinwerfen. Auf jeden Fall, deswegen glaube ich auch. Ich würde es auch noch nicht abstreiten, dass das jetzt alle sind, äh... So, das wäre ein bisschen auch... Wäre auch ein bisschen traurig, bin ich ehrlich, wenn wir nur die paar Kommandanten haben, äh, die jetzt auch nicht so rasiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, die haben das getan. Also, die sind ja erfolgreich gewesen, da mit Pinkbeard und so. Das war ja natürlich die totale Dominanz. Die haben da keinerseits irgendwie Schwäche gezeigt, aber... Ich weiß nicht. So einen komischen Transenriesen, dann so eine komische Frau, die irgendwie auch nicht so... Die hat halt eine nützliche Frucht, aber vom Ding her weiß ich nicht, ob sie so stark ist und im Eins-gegen-Eins-Kampf wird sie wahrscheinlich nicht so die krasseste sein, Bello-Betti jetzt. Und Lindbergh halt so ein kleines Katzen-Mink-Wesen, was halt so ein Erfinder ist, so. Und den einzigen sonst, den man ernst nehmen kann, ist halt Karasu, weil vom Charakter-Design so... Das ist einfach zu krass. Aber lass uns erstmal über Lindbergh reden. Ähm... Ja, wie gesagt, ist ein Mink. Ansonsten wissen wir auch ziemlich wenig über ihn. Er hat halt, wie gesagt, Sachen erfunden und er findet auch immer noch Sachen und, äh... Ja, die Frage ist, kennt er Vegapunk? Steht er irgendwie in der Verbindung mit ihm, weil... Das muss man einfach hinterfragen, weil so viele Erfinder und Tüftler und sowas gibt's eigentlich nicht in der One-Piece-Feld. Ähm... Ja, deswegen... Und Cesar hatte ja auch direkt was mit Vegapunk zu tun gehabt, so weißt du. Deswegen, äh... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, so weißt du, weil Cesar hat sich ja dann auch so komplett abgekapselt. Warum sollte nicht Lindbergh auch was mit ihm zu tun gehabt haben und sich auch abkapseln? Aber bei... Bei Lindbergh ist halt auch die Sache so. Man hat halt... Man weiß, irgendwo muss er krass sein, weil... Klar, die Erfindungen sind eine Sache, der Cool-Shooter, ultra nützlich auf jeden Fall. Aber was halt... Die Sache ist, er ist ein Mink. Und wir sehen ja, also an Carrot haben wir ja gesehen, wie krass Minks sein können, obwohl sie nicht krass scheinen. So weißt du, wenn da einmal der Mond am Start ist, so dann... Dann sind Minks immer overpowered. So weißt du, von daher... Er hat das auch ausgenutzt oder so und kann dann so einen künstlichen Mond oder so einen Scheiß erschaffen, dass er das austriggern kann oder so ein Blödsinn, die Fähigkeit. Diese Wehr-Mink-Fähigkeit. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja, ich meine, One-Piece ist einfach so ein fiktives Werk so eine Erfindung hat, womit der... Hört sich doof an, aber sag ich mal Mondlicht oder zumindest die Energie davon so speichern kann, weißt du? Und dann einfach freisetzen kann, um so eine Verwandlung zu provozieren, die dann halt vielleicht nur ein paar Minuten hält oder so. Wäre halt so ein ultra krasser Joker. Und man kann es sich auch irgendwo vorstellen, weil ich meine, die können auch einfach Teufelsrüchte von irgendeiner Person in irgendwelche Maschinen reinpacken mit dem Pazifister so. Warum sollte das nicht gehen so? Also in der Theorie. Und wir wissen ja, dass der Mond an sich auch so ein bisschen abnormaler ist, wie man es aus der realen Welt kennt, weil ja, ich meine, aktuell chillt halt Enel da einfach so zum Beispiel so. Das zeigt ja schon, dass das in dem Werk One-Piece viel, viel mehr möglich ist. Also ich würde es jetzt auch nicht komplett abstreiten wollen. Ja, Mann. Deswegen, ich glaube auch, ich weiß nicht, so Lindbergh ist schon krass, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein paar geile Erfindungen sehen werden, aber ich ganz ehrlich, ich finde den so nicht so geil vom Kaker-Design. Ja, ich finde es halt cool, wenn er, ich finde es halt ultra cool, wenn er einfach so eine Maschine hat, also so wie der Cool-Shooter-mäßig und dann einfach so so mäßig, also quasi das gemacht hat, was Vegapunk mit Kizaru und dem Pazifistern gemacht hat, hat er mit Sabo gemacht und hat dann einfach so eine Feuerfaust oder so, weißt du? Und dann haut Lindbergh so eine Feuerfaust-Maschine raus, weil die Frucht halt genauso gut passt, so mit Feuer und, ne? Ja, ja, stimmt. Kann man auch verpacken so. Deswegen wäre halt ultra cool, wenn Lindbergh auf dasselbe Level wie Vegapunk in dem Bereich kommen würde und dann halt auch so ein bisschen Show-Off-mäßig ist. Ja, würde ich mir auch wünschen. Ja, bei Karasu, ah, wie findest du den? Wie findest du Karasu? Hammer. Beste. Ja, finde ich auch. Ist auf jeden Fall vom Charakter-Design. Du hast gehofft, dass ich so sage, nee, nicht so ein bisschen Diskussion. Nee, das ist einfach klar, jetzt sind sich alle einig, alle Menschen sind sich einig. Der sieht einfach geil aus, so mit seiner Maske da. Sieht aus wie so wirklich im Gesicht wie so eine Krähe. Ich bin gespannt, was unter der Maske ist, ob der einen normalen Mund hat oder ob das eventuell... Scheinbar ja nicht, weil irgendein Lautsprecher... Ja, ja, aber... Ja, das ist halt die Sache. Trägt er die Maske nur so, um cool auszudänen, hat das noch irgendeinen Sinn? Weil natürlich, wenn er die Maske auf hat und redet, dann würde man ihn nicht hören, weißt du? Und deswegen sind da noch Lautsprecher mit eingebaut von Lindbergh. Aber was die Maske noch für einen Sinn hat oder ich weiß nicht, irgendwas Verstecktes, ob das so Katakori-mäßig ist, was denkst du? Aber ultra, ultra... Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, irgendwas ist da. Ich glaube schon, aber ich finde Karasu, ey, der könnte auch straight der beste Antagonist werden, wenn man den richtig verpacken würde. Also, ist er natürlich nicht, aber weißt du? Den hätte man auch einfach einen eigenen Arc als Antagonist geben können und dann in eine andere Fraktion packen können, vom Optischen einfach und von seiner Teufelsfrucht. Wichtige Frage auch hier, was glaubst du, Teufelsfrucht? Was ist das für eine Teufelsfrucht? Ja, ich glaube, ganz ehrlich, es sieht halt nach einer Sohren aus, im normalen Fall so, ne? Aber... Ja, ich gehe mit Paramesia. Ich gehe auch mit Paramesia. Oder halt mit einer, was wir, glaube ich, haben wir auch schon mal besprochen irgendwo, mit einer mystischen Sohan, also mit irgendeiner Gottheit, einer Krähen-Gottheit oder so einem Blödsinn, halt eine ganz, ganz besondere Sohan. Weil wir haben sonst keine Sohanfrüchte gesehen, wo man sich so komplett aufteilen kann. Also er besteht ja aus mehreren Krähen und wird dann auch wieder zusammen zu einem Menschen, wenn die Krähen zu ihm kommen. Das ist wirklich, er kann sich aufteilen, er kann aber selber zu so einem kleinen Wesen werden, die bewusst steuern. Also so dreiäugiger Raben mäßig, kann er dann auch so kontrollieren. Keine Ahnung. Paramesia, was wäre das für eine Paramesia? Die Krähen-Paramesia ist irgendwie auch komisch. Deswegen... Nee, das passt nicht. Deswegen so eine... Ich wünsche mir so eine Krähen... Es gibt so Tengu, so Krähen-Gottheit in der japanischen Mythologie, die... Also das würde ich mir wünschen, beziehungsweise auch vorstellen, dass er so eine Frucht hat, weil er kann sich ja jetzt nicht... Oder weiß, wissen wir nicht. Er löst sich ja halt auch auf und setzt sich wieder aus den Krähen zusammen. Und das passt halt irgendwie nicht so zu einer normalen Sohan. Das ist halt mehr so Paramesia-Ding. Das Ding ist, es gab schon mal Paramesia-Früchte, die trotzdem den Tieraspekt hatten. Nicht so richtig, ne? Nee. Also, ich kann mich nicht dran erinnern. Auch Insektenfrüchte sind auch ziemlich selten. Oder gar nicht eigentlich, oder? Ja, Insekten sind eigentlich gar nicht so... Oder hatten die... Tontatas, gab es da irgendwas mal Insektenfruchtmäßiges? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ansonsten haben wir diesen Spinnenheini von den Vize-Admirälen, aber weiß man auch nichts genaueres. Aber ansonsten Paramesia-Früchte, die mit Tieren zu tun haben. Ja, also was... Nur in Füllern sehe ich gerade. Also, zum Beispiel Flüsterkraft, so kann man Tieren sprechen und so. Ja, Moinsen, aber... Aber so richtig, so ein Tieraspekt, vor allen Dingen auch noch kennen, wohlgemerkt. Ja. Hat man nirgends so. Also, ich sehe jetzt auf den ersten Blick gerade zumindest nichts. Schande natürlich über uns. Was ist das mit der Maulwurf-Tante? Von Alabaster? War das überhaupt eine Frucht? Warte. Ja, warte mal. Ich schaue hier gerade durch. Nee, also ich sehe nichts. Klar, es gibt halt irgendwo vielleicht so ganz leichte Parallelen, aber nee, eigentlich... Eigentlich nicht. Also, es gibt halt... Es gibt halt auch... Ja, eigentlich nur in Filmen und... Also in Movies oder halt in Filler-Abschnitten den Zusammenhang zu Tieren. Sonst... Obwohl, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, so Gekko Moria benutzt ja auch diese komischen Schattenfledermäuse irgendwo... Das ist ein Argument. ...geht's in die Richtung, aber es sind ja auch keine Tiere, wenn man's so sieht. Also, das ist so das Einzige... Aber die Krähen sehen auch nicht richtig Krähen-mäßig aus. Das sind auch nur so schwarze Dinger. Ja, und vor allen Dingen die eine Krähe, die ist einfach so zwei Köpfe, aber auch nur zwei Flügel so. Deswegen, das ist halt schon irgendwie so ein bisschen abgespaced. Das stimmt allerdings. Also, ja, sie hatte eine Frucht. Das war aber eine Sorenfrucht, die Maulwurf-Frucht. Deswegen, ja, sie hat das erledigt. Das ist keine Parameter gewesen. Ja, und alle anderen Früchte haben nichts damit zu tun. Ja, gut, deswegen... Schon ziemlich krass eigentlich. Also, ich find's heftig. Und er ist für mich auch der... Oh, ich will ihn einfach mal im Kampf in Action sehen und auch gucken. Ja, ja, total. Ich hoffe, er ist ernst zu nehmen. Weil wir haben ja schon ganz früh diese Krähen gesehen, ne? Also... Auf Trish Rosa? Oder meinst du schon vorher? Noch viel früher. Und zwar vor dem Timeskip, wo nämlich... Also, was heißt vor dem Timeskip, wo Robin da bei dieser Brücke war, weißt du? Und dann bei den Revolutions... Ach so. Da kam nämlich auch eine Krähe mit einer Botschaft so an. Und das war das erste Mal, dass wir Carazo gesehen haben. Schon vor dem Timeskip theoretisch so. Also, echt heftig. Und ich wünsch mir, dass er nicht nur so als der Bote so abgestempelt wird oder als das Transportmittel, was genutzt wird. Das wäre echt lame. Wenn er nicht so selber auch noch irgendwie, weißt du? Deswegen, ja. Wer kein Kommandant ist, sondern übergestellt den Kommandanten, ist Sabo. Ist nämlich der Stabschef, so wird's immer genannt. Der taktische Direktor wurde auch öfter genannt im Deutschen und so. Also, er befähigt über die Kommandanten. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich find's aber krass, weil er ist ja so jung noch eigentlich. Ja, also, also er wirkt halt so ein bisschen, ja, wie der stellvertretende Chef so. Weißt du, wenn Dragon, wenn Dragon nichts sagt oder irgendwie nicht ansprechbar ist, ist es halt Sabo, der alles entscheiden kann. Weil er hat ja auch so die Teleschnecke, wo dann Lindbergh hat ja ihn Bericht erstattet und Sabo hat dann gesagt, okay, dann zieht euch jetzt zurück und kommt jetzt oder nee, lasst euch Zeit, ihr macht das so. Und Dragon hat sich ja gar nicht mehr eingemischt. So, das heißt, Sabo kann schon oder hat schon die Befehlsgewalt, die anderen Kommandanten zu dirigieren. Jetzt natürlich jetzt nicht auf so einen abgehobenen Space, sondern mehr auf so einen, einfach, ja, auf einem Respekt, auf einer respektvollen Ebene. Aber er ist definitiv deutlich übergeordnet. Ist halt die Sache, weil er war es ja auch schon bevor er die Feuerfrucht gegessen hat und er ist halt auch noch ultra jung. Aber wir haben auch gesehen, dass er halt schon sehr jung alle Haki-Arten so für sich so gemeistert hat, also Observations-Haki und Rüstungs-Haki zumindest, extrem gemeistert hat und auch diese Drachentechniken gelernt hat. Von daher ist halt die Frage, ob Sabo schon im jungen Alter ohne Feuerfrucht einfach auch straight stärker war als jeder andere Kommandant und er vielleicht auch dadurch so ein bisschen aufgestiegen ist, weil Sabo wirkt auch, also er ist zwar der taktische Direktor, aber er wirkt eigentlich gar nicht so mega taktisch, oder? Ja. Also so Mastermind-mäßig so, dass er mit Lindbergh oder so sagt, was er zu tun und zu lassen hat, wirkt er eigentlich gar nicht. Ich möchte jetzt natürlich nicht Sabo unterstellen, dass er dumm ist, aber, äh, aber ja. Also er wirkt halt zumindest nicht so, als ob er so voll der besonnene Typ ist. Ja, auch gerade, ey, er ist über, also Leute, das muss ich jetzt noch einmal hier ausbreiten. Das ist das elendige Thema. Das ist die fucking Revolutionsarmee. Und Kopfgeld wird danach berechnet, wer am gefährlichsten ist für die Weltregierung. Das haben wir öfter so erklärt bekommen. Das ist einfach ein Gefahrenindiz für die Weltregierung, wie hoch das Kopfgeld ist und wie gefährlich der werden kann für die Weltregierung auch. Ähm, er ist, wie gesagt, der zweitgefährlichste, der zweitgefährlichste, das ist, also eigentlich kann man es so stehen lassen, fast schon für die Weltregierung, weil er von der Gegenfraktion der zweite ist, der die stürzen will. Äh, dass er vielleicht so ein niedriges Kopfgeld hat, weil einfach das Kopfgeld noch nicht, ja, weil er noch nicht so viel in Kraft getreten ist und noch nicht so oft aufgetaucht ist und noch nicht als so gefährlich eingestuft wurde. Und sein Rang als zweiter von den Revos, der ist bekannt, oder? Der wurde, das wurde auch immer so gesagt, oder nicht? Ja, ist bekannt. Also es ist keine, okay, ich hätte jetzt ein Argument genommen, wir wissen nie nicht, dass er so hoch ist innerhalb der Revolutionsarmee, aber das ist er, das wissen die und deswegen finde ich's, und er hat auch mit Fujitora und so, weil, also ich hoffe auch, dass er jetzt höher ist. Das ist es halt, also, also man kann ja eigentlich darauf pokern, dass die 602 Millionen, äh, zustande kamen vor Driss Rosa, jetzt weiß Fujitora, er hat die Feuerfrucht von Podcast DAs, die er vorher, also die er quasi vorher hatte, hat er gegessen, er hat gegen mich gekämpft, der ist fucking krass, der hat, äh, den Vize-Admiral Bastille, äh, Kompletthops genommen, also Kompletthops genommen, so, und deswegen kann man sich eigentlich schon vorstellen, dass Fujitora sagt, Leute, Kopfgeld, äh, einfach verdoppeln, verdoppelt es einfach so, weißt du, so, und dann würde man sagen, okay, es passt schon wieder ein bisschen mehr, so, weißt du, wenn er so 1,2 Milliarden oder so hat, dann kann man da auf jeden Fall mit einem Lächeln noch hinschauen und nicht, also 602 Millionen wirkt einfach so strange, weil man nicht glauben kann, dass die zweite Person, der stellvertretende Anführer der Revolutionsarmee, einfach, ja, einfach nicht mal so ein Süßigkeitenkommandanten wert ist, also, weißt du, so, als ob die Marine, man muss sich mal vorstellen, ist jetzt natürlich ein total doofes Beispiel, weil es niemals so passieren würde, aber wenn irgendjemand zur Marine geht und sagt, hey, möchtest du jetzt Cracker haben, Charlotte Cracker, oder den stellvertretenden Anführer der Revolutionsarmee, ihr dürft euch nur einen davon aussuchen, dann müsste rein obviös technisch von der Summe her die Weltregierung sagen, nee, Cracker finden wir schlimmer, den nimm wir. Ja, genau so muss man sich vorstellen, also auch, auch gerade, guck mal, wir wissen, dass Dragon der meistgesuchteste Mann ist und höchstwahrscheinlich wird dann auch das höchste Kopfgeld haben von allen Leuten und wir wissen, dass zum Beispiel ein Blackbeard über zwei heißt schon, mit den, also zwei Milliarden, 2,247, ist er mit dem Kopfgeld und ein Dragon wird dann mehr haben, also höchstwahrscheinlich viel mehr, also ich denke, der wird so auf 4 oder 4 Milliarden oder 3,4 Milliarden, ist ja auch höher als die Kaiser sein, also, überleg mal, sagen wir ja 3, jetzt mal so normalgeschätzt, 3 Milliarden Barry Kopfgeld und der unter ihnen hat, Alter, ein Bruchteil, so, das macht einfach auch keinen Sinn, so von der Rechten, das ist Quatsch, der zwei Dragon Finger hat, ja, so, ja, das ist es halt, also das macht es dann so ein bisschen schade, aber ich hoffe sehr, dass, dass, wenn es quasi den Schwenker gibt, so, und dann auch Green Bull revealed wird, dann die Kopfgelder der drei, äh, Kommandanten der Revos und von Sabo das neue Kopfgeld dann auch im selben Zug revealed wird, weil man hat sich ja damals schon gewundert, warum das Kopfgeld von Sabo nicht im Manga oder im Anime revealed wurde, weil das wurde es ja gar nicht, also es wurde ja gar nicht so im Anime und Manga revealed, sondern es wurde quasi nebenbei von Oda reingeschmissen und das könnte der Punkt sein, wo man sagt, okay, Oda hat vielleicht gedacht, jetzt ist es noch nicht so wichtig, ich revie, also es ändert sich sowieso bald, also kann ich jetzt schon mal ein Kopfgeld reinwerfen, so. Vielleicht vor der ganzen Aktion auf der Sourcen, dann fände ich es okay, und das wäre auch logisch, es wäre halt logisch, weil Oda ist eigentlich nicht so, also der würde, Oda würde niemals, niemals in einer FPS oder so sagen, äh, ja, klar, also Big Mom, 2,4 Milliarden, so, weißt du, würde niemals passieren, so und deswegen, ähm, sehr wahrscheinlich, also ich finde es sehr wahrscheinlich, dass Sabo einfach straight ein neues Kopfgeld hat und wir einfach das Kopfgeld der drei Kommandanten und von Sabo auf einen Schlag, also das neue Kopfgeld von Sabo auf der Reverie noch sehen werden. Ja, das, das macht Sinn, weil vielleicht ist das das Kopfgeld mit 602 noch vor Dressrosa angegeben und gerade wenn er da jetzt wirklich schon auf Mary Joa mit der größten Instanz, ein Admiral, mit zwei Admiralen kämpft, so, und er das überlebt oder irgendwie dann davonkommt oder so, weil ich weiß nicht, ob die es schaffen, ey, ganz ehrlich, ich kann es mir schwer vorstellen, also dann muss das Kopfgeld auf jeden Fall so hoch ansteigen, also ultra hoch, das geht ja gar nicht anders, so, dass er dann, sind sie auch das erste Mal richtig, glaube ich, aufgetreten, weil die Revolutionsarmee hat sich ja immer verdeckt gehalten, so, und deswegen, ja, ist halt der erste richtige Auftritt, ist er jetzt auch sozusagen erst, jetzt ist er auch, also sonst war ja auch nie was, deswegen, die haben ja gewartet bis zur Reverie, und ja, was denkst du mit Sabo, so, wird noch, von dem werden wir noch Großes sehen, auf jeden Fall, ist ja auch einer, ist ja auch fast ein Protagonist, kann man fast schon sagen. Ja, also ich glaube, Sabo wird genauso ein Arc bekommen, wo er einen richtigen Impact, hat wie Ace auch, also so ein Ace Marineford, die Screentime, die da war, wird Sabo auch nochmal auf jeden Fall haben, weil in Dressrosa war es ja nur so ganz kurz, so ein Reverie ist ja in dem Sinne auch nur ganz kurz, aber der wird nochmal mindestens im einen Arc einen richtig fetten Auftritt haben, also nicht nur einen Impact haben, sondern auch Screentime-technisch viel haben. Denke ich auch auf jeden Fall, muss auch. Also ganz ehrlich, weil er hat auch viele Fans so, ne, in der Fangemeinde. Klar, Sabo, Sabo ist halt einfach so, man denkt immer so, ja, Ace Forever, so mäßig so, und dann nachdem Ace gestorben ist, denkt man sich so, ja, kann keiner setzen, da kommt Sabo, kriegt die Feuervorstellung, dann so, hm, I'm always a Sabo-Fan, so mäßig. Und dann, ja, keine Ahnung. Ja, Sabo, ich weiß nicht, Leute, ihr kennt Sabo, ist halt einfach ein Heavy-Shit-Charakter, von dem kann man auf jeden Fall noch viel erwarten. Denke ich auch. Da muss man halt auch schauen. Dann die oberste Instanz, Monkey D. Dragon, Vater des Protagonisten und Anführer der Revolutionsarmee. Ähm, der meistgesuchteste Mann der Welt, wie du eben schon gesagt hast, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und, die Frage hier, wir kennen eigentlich von jedem die Kraft, von der Revolutionsarmee, kennen wir eigentlich von jedem Charakter, wissen wir, was er eigentlich so drauf hat, außer vom Anführer, wie sollte es auch anders sein. Ähm, was glaubst du? Ganz ehrlich, wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, eine Sache, was hat, was hat Dragon drauf? Boah, also, ich sage ganz ehrlich, oh Gott, wenn ich jetzt, das kannst du doch nicht machen, ey, einfach so, Alter, warte, so eine Frage, also ganz ehrlich, warte mal, wenn ich jetzt sagen müsste, was für eine Kraft hat, nee, ich glaube, er hat wirklich, die Windfrucht, die Luftfrucht. Logia Wind? Ja. Ja, ja, okay, ich wollte auch Logia Wind sagen, aber jetzt, wo du das gesagt hast, habe ich kurz überlegt, ob ich noch was anderes sage, aber nee, glaube ich nicht, weil eigentlich das Wahrscheinlichste ist immer so, antike Waffe und er wird eine antike Waffe für sich nutzen, warum ich das aber nicht glaube ist, Dragon ist der meistgesuchteste Mann der Welt und soll auch irgendwo mit einer der Heftigsten sein und es wäre halt einfach schade, wenn er einfach nur eine Waffe besitzt, die ihn so stark macht, sondern er muss schon irgendwas selbst drauf haben und natürlich krasse Frucht, wenn er durch eine krasse Frucht krass ist, könnte man auch sagen, ja, okay, er hat nur eine krasse Frucht, aber ich meine, hey, das ist halt One Piece so, Whitebeard hat da auch eine krasse Frucht so, ne, also, oder Blackbeard so, an sich muss man dann halt einfach sagen, ist das vollkommen okay und deswegen fände ich eine Teufelsfrucht sehr, sehr geil, weil es immer noch seine Stärke wäre, zumindest mehr, als wenn er da einfach so eine Waffe hätte. Es sei denn, er selbst als Person ist die Waffe so wie Shira Horshi, was natürlich aber auch eher weniger Sinn macht, aber gut, muss man halt abwarten. Also, du sagst Teufelsfrucht, oder? Ich gehe mit Teufelsfrucht, ja. Ja, okay, gut. Ja, das ist, ich denke es mir auch, ich habe jetzt schon ein bisschen, was denkst du denn für eine Frucht? Was für eine Frucht denkst du denn? Ich gehe auch mit Wind. Ich gehe auch mit Wind. nice. Ja, Lockdown war einfach für mich zu obvious. Es war halt oft, genau, erst mal das, viele sagen immer Wetter so, weißt du? Ich weiß nicht, ganz ehrlich, weil Wetter ist für mich so ein bisschen, was ist das denn für ein Element so? Also, ich weiß nicht, Wetter ist halt zu, zu viel so. Ja, in dem Sinne kann man schon alles, ja, Wetter, ich glaube, es ist halt Wind, weil, wenn er Wind erzeugt, kann er ja durch die Windströme, oder, sagen wir mal Luft, wenn es das Element Luft, wäre, so. Weil, wenn er Luft erzeugen könnte, wir wissen, also, ich hoffe, ich bewege mich jetzt nicht auf zu dünnen Eis, aber ich meine, wenn warme Luft und kalte Luft aufeinandertrifft, dann entsteht ja dadurch zum Beispiel ein Gewitter. Und dann, und wenn er halt Luft an sich, dann kann er dadurch Wirbelstürmer erzeugen, also, den Sturm bringen, und er könnte auch ein Gewitter erzeugen, sodass man es halt als Wetter deklarieren könnte, weil halt einfach Luft der Ursprung von allen Wetterstrukturen ist. Ähm, beispielsweise, wenn er enorm kalte Luft, äh, ja, quasi auch erzeugen kann, oder die zumindest abkühlen lassen kann, dann hätte er ja vielleicht auch die Möglichkeit, ja, das Wetter halt wirklich komplett zu beeinflussen. Ähm, deswegen, ich glaube, Luft oder Wind ist da irgendwie so, das Wahrscheinlichste. Denke ich auch. Also, auch weil wir haben öfter das schon gesehen. Ich glaube, jetzt sieht man, dass er Paramesia-Wetter hat, das wäre einfach... Ja, wir haben es auch schon öfter gesehen, wo er so zum Beispiel, äh, damals im, im Goa-Königreich da die Leute, da so ein Windtunnel kam da auf einmal. Könnte man auch sagen, okay, Ivankov mit dem Deathwing hat diesen Windtunnel da aus dem Feuer gemacht, aber, ich weiß nicht, das führte genau zu Dragon, mittig so, Dragon stand da, und er hat nicht nur das, er hatte auch, als er Sabo gerettet hat, also im Anime hat man das gut gesehen, Anime ist natürlich immer nicht so, es war dünnes Eis, aber, da kam er auch geflogen mit, äh, Sabo auf dem Arm, so, und, wirklich, als er so runterkam, geflogen, kam so Wind auf den Boden, da war so komisch, also, als hätte wir da wirklich fliegen, so. Ja, und das war ja auch zum Beispiel, diese Anime-Specials, wo Sabo als Kind trainiert hat, oder dann als Jugendlicher, die waren ja, nicht Filler, sondern wurden von Oda, ja, bestätigt, als Canon, und wurden nicht im Manga gezeigt, und ich meine, das heißt ja, dass Oda mal die Episoden geguckt haben muss, und gesagt hat, ja, kann man so machen, mit dem Wind, weil da war es ja auch so, dass Dragon auf dem Boden aufgekommen ist, und dann so ein Wind um ihn kam, und so, und da muss er, also spätestens in den Specials, die von Oda als Canon bestätigt wurden, muss er ja gesagt haben, ja, das passt so, also, deswegen. Denke ich auch, also das ist, macht irgendwie Sinn, ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr denkt über Dragon, also mit der Frucht, ja, also ich, ich weiß nicht, es gibt halt noch so antike Waffe, und er kann damit Wind und Wetter beeinflussen, Uranus und so, ja, würde an sich Sinn machen, so, und dann gibt es natürlich Leute, die es weiterspinnen, so, das war das Ei von Roger, und er hat es geerbt, und bla, und dann, weiß ich nicht, alles ein bisschen komisch, und ich finde es auch, wie gesagt, ich finde es auch immer mysteriös, dass er wirklich Dragon heißt, oder ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nur sein Deckname ist, dass er gar nicht richtig Dragon heißt, weil das sind zu viele Zufälle, also, wie gesagt, er heißt Dragon, und er hat ein Schiff, wo zwei Drachen an der Seite sind, ja, kämpft er noch mit diesen Drachen-Clown-Angriffen, höchstwahrscheinlich, die Sabo von ihm gelernt hat, und ich weiß nicht, und dann, wenn er dann noch das Ei, das Drachenei, wie vermutlich da von Roger auf dem Schiff, wenn das noch ein Drachenei gewesen sein sollte, und er das noch irgendwie bekommen hat, oder so, es ist zu viel Dragon, dass er dann zufällig auch Dragon getauft wurde, deswegen, ich würde es feiern, wenn er, ja, vielleicht über die Uranus weiß, vielleicht sogar Uranus besitzt, aber jetzt damit nicht kämpft, oder so, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist Uranus auch sowas Angeborenes, aber, dazu können wir mal was machen, mit einem antiken Waffen-Podcast machen, so wirklich, dass wir nochmal über die antiken Waffen komplett uns auslassen, das ist echt ein gutes Thema, auch interessant, auch gerade, weil wir wissen ja, Poseidon ist ja nun mal die angeborene Fähigkeit von Shiroshi, ist halt eine Person, also könnte Uranus theoretisch auch eine Person sein, über Wind und Wetter herrschen, und das könnte theoretisch Dragon sein, der geboren als Uranus ist, ähm, und sich das zur Aufgabe gemacht hat, und, ja, vielleicht ist er deswegen auch der meistgesuchte Mann, aber das ist alles ein anderes Thema, ähm, ansonsten mit der Revolutionsarmee, gibt es noch irgendwas, was wir auf jeden Fall jetzt ansprechen müssen, ähm, ne, Stützpunkt, da haben wir alle Mitglieder, da sind wir durchgegangen, wie gesagt, die Möglichkeit, dass natürlich nicht alle Mitglieder schon gezeigt wurden, also, ja, da ist noch Luft nach oben, einzige Person, auf die man noch eingehen kann, ganz kurz, ist halt Kuma, aber, ja, Leute, Kuma, man hat alles von Kuma so vor seiner Cyborg-Transformation gesehen, und was man jetzt danach daraus macht, die, die einzige Sache, dass man halt noch mehr Kuma thematisiert, ist halt, dass Lindbergh es irgendwie schafft, diesen Cyborg-Aspekt, äh, halbwegs zurückzusetzen, obwohl das Quatsch ist, weil eigentlich ist er halt einfach nur noch straight eine Maschine, ja, ähm, aber, ja, also, das wäre echt noch eine Idee, aber, ja, wir müssen über ihn reden, ja, über Kusan, könnte Kusan Revo sein, ist auch noch immer im Raum, könnte sein, aber, wieso haben wir ihn da nicht gesehen jetzt, und sonstiges, und warum? Zu denen würde die Frisur passen, auf denen und Schatten, ja, zu Kusan. Ich muss das Begriff angucken, ich glaube, wir reden von einem anderen Bild, ich glaube, wir reden beide von einem anderen Bild, ähm, da müssen wir mal gucken, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, ansonsten, schreibt uns auch mal Themen, die Kommentare, was ihr so noch sehen wollt, äh, hören wollt, besser gesagt, hier ist ja ein Podcast, mhm, und ansonsten würde ich sagen, antike Waffen ist vielleicht sogar ein knackiges Thema, fürs nächste Mal, weil wir dann nicht nur konkret über Charaktere reden, jetzt haben wir wieder Charaktere besprochen, davor waren ja auch Charakteranalysen, dann sprechen wir mal so ein allgemeines Thema, Non-Peace, was auch interessant ist, ähm, und vielleicht, äh, suchen wir ein paar Theorien raus, und werden euch die auf jeden Fall aufschreiben, und ansonsten bin ich jetzt raus, ich, äh, sag danke fürs Zuhören, und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schreibt mal ein Hashtag, ich hab was, ich hab, ich, Leute, ich hab was direkt wieder überlegt, Hashtag euer Lieblings-D-Charakter, wir haben ja zuletzt über Monkey, die Dragon gesprochen, schreibt mal euren Lieblings-Hashtag-D-Charakter, in meinem Fall wäre es jetzt natürlich, äh, kurz überlegen, Hagu, die Sauro, Kappa, nee, ähm, äh, Goldie Roger geh ich mit, was ist dein Lieblings-D-Charakter? Äh, oh Gott, ich, äh, äh, Schenks-D-Rota, immer so kalt erwischt, kalt erwischt, immer, man kennt ihn, Schenks-D-Rota, oder Uses-D-Kid, nö, äh, keine Ahnung, Uses-D-Kid, Klassiker, äh, nein, ist auch, glaube ich, Roger einfach der geilste Typ, so, ansonsten bin ich jetzt raus, ich geb die letzten Worte an, den guten Myrolux-Fighter, ja, also, Revo-Kommandanten, auf jeden Fall ein ultra interessantes Thema, weil halt einfach die Revos so wichtig sind in der Story, aber so wenig Screentime bekommen, obwohl es halt einfach so eine riesige Fraktion ist, deswegen auf jeden Fall für uns ein schöner Anlass gewesen, das Ganze mal näher zu besprechen, wie gesagt, schreibt euren Lieblings-D-Charakter in die Kommentare, ähm, bin mal gespannt, was da so rauskommt, ob ihr überhaupt alle D-Charaktere noch so im Kopf habt, weil ich musste gerade auch kurz überlegen, ob ich alle im Kopf hab, als ich meinen Lieblings-Charakter gesagt hab, aber so viel dazu, ähm, wie gesagt, nächster Podcast ist wahrscheinlich Antike Waffen und danach können wir mal wieder vielleicht in Richtung Charakter-Analyse gehen, da könnt ihr auch gerne Vorschläge schreiben, also falls ihr irgendeinen Vorschlag habt für den Charakter, soll eine Charakter-Analyse kommen, schreibt es auf jeden Fall auch mit in die Kommentare, über ein Like würden wir uns sehr freuen und über ein Abo-Demont und mit diesen wunderschönen Worten, äh, verabschiede ich mich auch vom Podcast, Leute, wir sehen uns dann in der neunten Ausgabe, vielleicht schon in ein paar Tagen, wer weiß, und, äh, Leute, haut rein, ciao und Tschüss! Tschüss!